Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Resident Evil 4 Remake. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich. Dankeschön erstmal für eure Unterstützung bis hierhin. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Gerne weiterhin eine Bewertung da lassen, um das Ganze hier zu unterstützen. Danke dafür. Wir gucken jetzt mal, wie wir hier rauskommen, endlich. Wir haben jetzt alle Fahnen betätigt. Oder, ja, ja. Betätigt, kann man das so sagen. Okay, ist schon wieder falsch. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss hier nur halt irgendwie rausfinden. Das Labyrinth schlägt zu, Freunde. Und damit ihr euch nicht verirrt, in der Videobeschreibung habe ich euch natürlich alles schön reingepackt, was wissenswert ist und abzuchecken gilt. Gerne mal reinschauen. Gerne beim kostenlosen Gewinnspiel mitmachen. Und, ja. Ihr wisst Bescheid, da ist doch auch schon der Weg, Freunde. Alles nusch, oh, alles nusch, oh. Als wenn ich mich verlaufen könnte. Ich bin doch nicht Sauber aus One Piece, Mensch. Ich weiß doch immer, was abgeht. Okay, ähm. Was geht los, Freunde? Was geht los? Ich glaube... Ich glaube wirklich, das ist mit den Bildern nicht so gut. Der Ballzahl kann nicht weit sein. Hier ist ein Schatz schon. Ja, damit trägt der erste Schatz. Verschlossener Schatz? Ja, ist das so, Mann. Ist das schon wieder ein Schu... Äh, ja. Ist das schon wieder ein Schießstand. Die blauen Medaillons, okay. Große Halle, sechs Stück. Okay. Händler-Tipp, das nächste Level. Gute Neuigkeiten, Partner. Hab richtig gutes Werkzeug an Land gezogen. Damit kann ich deinen Waffen ab jetzt noch fiesere Modifikationen verpassen. Gegen die entsprechende Bezahlung versteht sich. Sag Bescheid, wenn du daran interessiert bist. Sag Bescheid, natürlich. Ganz klar. Zieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Ähm. Ähm. Okay. Kann man jetzt hier schon rein, oder hab ich's? Boah. Äh. Ach so, warte mal. Ich glaube, wir müssen da sogar rein, weil... Hier scheint ja die Tür verschlossen zu sein. Okay. Gehen wir erstmal kurz zum Kollegen und schauen mal... Ne, warte mal. Erstmal kurz die... Schätze abschenken. Ähm. So, warte mal. Zwei Duos. Du, Du. Ist besser als... Drei Farben, deutlich besser, ja. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Hast du hier was Neues? Ja. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Haha, gute Instinkte Fremder. Gute Instinkte Fremder. So, Schachbrett weg auf jeden Fall. Liefer weg. Magnum-Munition nochmal. Ich weiß nicht. Ein hervorragender Deal. Hehe. Ja. Ey. Warte, ihr kennt das doch. Ihr habt schon mal etwas gesehen im Angebot, ja. Ihr habt das schon mal gesehen. Junge, der Quatsch nonstop. Er hört gar nicht auf. Er hört gar nicht auf. Was ich sagen wollte. Ihr habt schon mal was im Angebot gesehen. Und das ist bei der Magnum der Fall. Und jetzt denkt ihr euch, oh, wäre vielleicht doch nicht so schlecht. Ist ja auch nicht schlecht, ja. Ist ja auch eine geile Waffe. Es ist halt... Was ich mich halt gefragt habe, wie viele Waffen soll ich mir noch einstecken? Ich habe ja jetzt schon vier. Das war die Entscheidung, deswegen habe ich mir das nicht gekauft. Und jetzt denkst du dir, ja, warum nicht so? Vielleicht für einen Show-Effekt für euch so, aber... Ich habe sie schon... Ich habe sie schon gesehen. Äh, äh, günstiger. Das ist halt... Das ist halt gerade so ein bisschen... Bisschen der Knackpunkt. So, ähm... Ja... Das ist halt, äh... Das ist halt... Wo mache ich das denn jetzt? Soll ich hier einfach mal die roten reinmachen? Das ist halt, äh... Das gibt es nicht so. Willkommen. Komm, machen wir das einfach mal, weil ich gerne mein Messer reparieren möchte. Okay, sorgfältig damit um, okay. Und meine... Oh, reicht gar nicht. Ich kaufe fast alles, danke. Nenn mich ruhig pingel, komm, jederzeit wieder. So. Soll wir mal den Schießstand nochmal abchecken? Komm, checken wir den nochmal ab. Das ist auch die einzige Stelle, wo wirklich so ein... Richtiger... Richtiger Nadescreen ist, oder? Nimm die Maschinenpistole, um kurzen Prozess mit den Zielscheiben zu machen. Wirst dabei mit einer geringeren Präzision leben müssen. Ja, komm. Ja, hast ja recht. Das war schlecht bisher. Oh Gott, das war bestimmt richtig schlecht. Letztes Gesicht da oben. B, oh. Ach, Ashley, äh... Das ist nett von dir. Eine Flinte deckt mit einer einzelnen Patrone einen Grund. Drei, zwei, eins. Leg los. Oha, krass. Drei auf Einfall. Doppelkill. Dreifachkill. Sehr gut. Nachladen. Ey, dass es auch direkt 500 Minus gibt, oder? Das ist schon... Unfassbar. Ach, Mann, ey. Wie schlecht einfach nur. Ey, das ist doch ein Witz. Sehr gut. Feierabend. Ey, das war ja richtig... Das war ja erbärmisch schlecht. Auto B. Ja. Mehr ist auch nicht drin. So. Das war ja... Oh, Junge, wirklich. Das war fast wie auf dem Rummel. Hat mich voll an meine Kindheit erinnert. Grünes Kraut stellt 50% mehr Gesundheit her. Was ist denn hier los, Mann? Ey, das ist ja richtig gut. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt noch einen, weil ich habe ja die ganze Zeit zwei Plätze frei beim... Probleme, eine Scheibe zu treffen. Dann versuch's mit einem Positionswechsel. Der richtige Blickwinkel ist das A und O Partner. Ich habe ja die ganze Zeit zwei Plätze am Koffer frei, weißt du? Deswegen... Zwei. Wir besorgen uns jetzt wenigstens noch ein... Chiton, Chiton. Ach, Mann, ey. Los? 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 Lass uns schon! Danke, mein Freund. Ja. Macht schon Laune. Nochmal den gleichen? Stackt sich das? Also, äh... Kann man... Soll ich es nochmal versuchen? 1, 2... Komm. 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 Ich hätte zwischendurch wechseln müssen wahrscheinlich, wa? Es kann doch nicht so schwer sein, wirklich. Ja. Okay. Ach, da ist noch einer. Komm schon. Mann, ey. Da muss ich auch den Bonus holen, wenn das so easy ist, ey. Weißt du? Ah, der schießt er da durch. Dumm. Einfach nur dumm. Einfach nur dumm. Das war nett. Junge, das war ja... Das war ja geisteskrank schlechter. Das war ja geisteskrank schlechter. Komm bald mal wieder voran hier. Junge, 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 Junge. Das war ja geisteskrank schlechter. Das war ja geisteskrank. Komm, lad nach Da wär das Ding Das ist ganz gut, glaub ich Das Sturm, äh Sniper-Ding Komm, jetzt muss ich den aber treffen Ey, das ist so schlecht Das ist unfassbar schlecht Ey Jetzt fehlt mir noch ein Jeton Da muss man schneller bleiben Äh, sein, meine ich Oh, das war ja mies Scheiße Ja, mich auch Ey, bitte nicht wieder das gleiche Oh, ja, okay, gut So, jetzt hauen wir aber ab Mal schauen, ob ich das kürze Oder ob ich das alles so drinnen lasse Mal schauen Ah, mir macht es Spaß Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Der Beste bin, wie man sieht Ich hoffe anpassen Äh, so war das Sorry So, Mitte Sehr gut Sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Einmal kurz speichern So, dann lass noch mal ganz kurz Hier Die Kohle habe ich ja alles weggegeben Lass noch mal hier abchecken Wahrscheinlich wird es jetzt hier sowieso nicht weitergehen Weil hier Das Ding fehlt Äh, alle Ratten beseitigen Ja Können wir auch machen Ja Ashley, ey Wirklich Wo müssen wir denn hin, ey Eine Schlangenstatue Wir müssen, glaube ich Später wirklich mit der Bahn fahren Und dann kommen wir zurück Und dann haben wir das Ding, glaube ich Aber wir machen das jetzt erst mal hier In der Ecke Wo waren die Ratten jetzt? Hier in dem Raum, oder was? Ah, im Speisesaal Warum kann ich sie da sitzen lassen? Ach, ja Mhm, okay Wegen dem Rätsel Also, diese Kreismäßige Serviette Mit einem Einem Glas Und ich muss mich mit der Flasche Hinsetzen Wahrscheinlich Mit einem Glas Glaube hier Oder? Ne Zwei 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 Messer rechts Und noch ein Teller Hey Hast du eigentlich Viele solche Einsätze? Äh, ja Allerdings Habe ich meist nicht So eine nette Begleitung Glaube Ist das ein Kompliment? Das überlasse ich dir Gabel und Gabel und Ja, ja Das ist es Also, sie ist jetzt schon mal richtig Es passiert nichts Ich wollte es nur mal kurz beschleunigen, weißt du? Also, drei Messer Drei Messer Brot Zwei Gabeln Löffel Das hier? Ja Das müsste es sein Das müsste es eigentlich sein Ja Scheint, wir lagen richtig Na klar doch Schlangenkopf Den kann man jetzt da reintun oder ist Ja, okay, den kann man Wann fährt man denn noch mal Warte mal Ich muss auch noch mal ganz kurz gucken Ja, das Das Macht mich immer noch traurig, weißt? Also, die Medaillons Bücher Große Halle Plus Bibliothek Warte mal, da war doch auch ein blaues Ding, weißt? Zoh Zoh Aber wo sind die anderen Scheißratten, ey? Warte mal nochmal. Große Halle plus Bibliothek. Aber wir waren doch jetzt im Schweißesal und da war die erste. Es zählt alles in großen Halle dazu, oder wie? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet, sind wir an deiner Scheißratte vorbeigelaufen schon? Da kommen wir nicht hin. Okay. Es ist wirklich riesengroß hier, wa? Also... Ey, wo soll man als erstes rein? Ich hab keine Ahnung, man. Das blaue Ding ist unter mir, oder? Oder über mir? Ist es auf dieser Ebene? Ja, hier. Hier ist noch eins. Okay, über mir müsste aber auch eins sein. Okay. 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 Wie kann man daneben schießen? In der Situation? Sag mal. Sag mal! Sieh mal die Rüstung. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Schade. Die würde dir bestimmt super stehen. Okay. Okay. Ach, Leute. Ach, Leute. Ach, Leute. Leute, Leute. Haben wir Schrotmonie eigentlich? Ne? Haben wir nicht. Müssen wir ändern. Mann, ey. Geh doch mal weg. Ich will hier nicht unter dem Rock gucken, ey. Geh mal weg. Ah, ist aber. Ich treffe nochmal hier, ey. Dann schieße ich das halt ab. Okay, komm. Es muss sein. Warte da oben, okay? Alles klar. Sei vorsichtig. Leon, die Rüstung. Kommt schon. Das ist doch nicht euer Ernst. Kommt schon. Kommt schon. Okay. Okay. Lauf, 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 lauf. Woo. Habe ich jetzt wirklich alles daneben geballert? Haha. Kann man das gar nicht abschießen? Ich habe zwei von drei mindestens. Vielleicht sogar mehr. Kann ich irgendeine Anweisung geben oder was? Hey! Lasst ihnen Ruhe! Fahr zur Hölle, du rostiges Stück Scheiße. Lass mich. Komm, 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 komm. Hey, die nehmen mich mal richtig auseinander. Ich sag's aber nicht. Lass es sein, lass es sein. Sonstiges. Yes. Vergeltung für meinen Arsch, ey. Ja. 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 Ich sehe dich. Haha Oh my god. Good, good, good. Spinel, spinel. Hey Hey Die bewegen sich aber nicht, oder? Wer weiß. Ach, guck mal, jetzt haben wir das Ding bekommen, um die... Jetzt haben wir das Ding bekommen, um die Sachen da zu looten, ne? Tadam, hier sind wir wieder. Eieieieiei. Woo, okay. Ganz schön anstrengend, äh, vorne. Ganz schön anstrengend auch, alles hier. Ich lasse es immer leicht aussehen, aber... So leicht ist es nicht. Das hast du gut erfasst, ja. Ah ja, guck mal. Okay, kleine Aussetzer bei ihr. Achso, ich muss auch noch... Oh, Junge. Was muss man denn noch hier alles machen, weißt du? Okay, Schmetterlingslampe. Uh, ey, ich hab so viel Zeug jetzt hier. Hm. Machen wir das einfach mal so jetzt, äh... Ja, nur das Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ich hab so viel Zeug zum, äh... Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja, ist ja gut, du hast ja recht. Danke. Einen können wir ja verkaufen, ne? Ja, einen können wir ja verkaufen. Nicht schlecht. Ich wette mit euch. Ich wette mit euch. Der hat jetzt wahrscheinlich den verkauft. Komm mal hier, krass, kann man so auch noch steigern. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance-Kleinigkeit... Ähm, ja... Deine Waffen sind in gut... Hier, wie du es haben wolltest. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Langsam verstehen wir deinen Geschmack? Deine Kohle... Oh komm, jederzeit wieder. Naja, okay, er hat doch nicht den verkauft, der am, äh... Am Koffer drin ist. Er hätte mich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht überrascht. Aber da haben sie dran gehört. Willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ich hätte natürlich gerne dieses Spezial-Upgrade, ne? Später denn, ne? Ja, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Und? Ja, anscheinend. Ein nächstes Mal. Du hast recht, beim nächsten Mal. Ja? Ja, doch, doch, doch. Machen wir beim nächsten Mal hier weiter vorne. Ähm, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja? Und dann hört man sich beim nächsten Mal, dann klappern wir hier weiter das Schloss weiter ab. Geil, 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 geil. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein. Und tschüss. Geil, geil, geil. Ja.